Hallo, ich arbeite seit 25 Jahren in der Schweiz, 30 Jahre hier und immer nicht gut spreche Deutsch. Ja, immer sauber machen, ich sage immer, ich probiere, probiere aber nicht gut. Dann der Kollege sagt, warum du nicht gut spreche, sprich, 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 aber es ist immer ein Problem. Dann, Giovanni, ging in ein Lade, ist gegangen, komme an die Kasse, ich mache die Toren auf, komme hinein, schaue, schaue, ein bisschen und dann sehe, ah, ein Schweißgericht. Ich nehme diese, habe genommen, habe geschaut, habe geguckt, habe gelesen, Ricola, aus Essweissen, in Kuchen gemacht, reingeschaut, nehme diese Mulle. Das ist nicht lange gegangen, Herr Schweizerdeutschgerät, du, das Stück ist ab wie Post, ich sage dir so, das geht wie Post ab, das geht besser und mit dem klappt es, Ricola. Quatschgeräte, ich weiß nicht, aber nicht. Das ist nicht lange, ich weiß nicht, aber nicht.